Der Bäcker packt Brot, der Fischer fischt, der Ermittler ermittelt. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Du gehörst meine Stimme, aber du weisst nicht, wer ich bin. Das erste Mal ist immer schmerzhaft, aber unvergesslich. Am einfachsten geht es. Wenn du deine Stirn gegen die Wand leist, dann stellst du dir vor, dass wir uns auf der anderen Seite der Wand treffen. Alles, was uns bewegt, ist in unserem Kopf. Egal, was wir uns vorstellen, was bleibt, ist die Essenz. Was ist los mit dir? Das ist die beste Frage, die du bis jetzt gestellt hast. Die Antwort passt nicht aufs Telefon. Die Antwort passt nicht aufs Telefon. Always.